Grüß dich und herzlich willkommen zum neuen Video und zwar der USA Pleitegeier fliegt weiter. Am 1.6. wie jedes Jahr wäre die USA normalerweise zahlungsunfähig gewesen und wie jedes Jahr hat man folgendes gemacht, man hat die Schuldenobergrenze erhöht. Aber nicht dieses Jahr, dieses Jahr gab es nämlich ein Highlight, man hat einfach gesagt, naja die Schuldenobergrenze immer erhöhen, das ist ein bisschen langweilig, lasst sie uns doch einfach aussetzen, komplett bis 2025. So und mein Team hat wieder recherchiert und wir geben mal ein paar Facts rein, dass du weißt, was ist passiert, wie ist es dazu gekommen und was für Auswirkungen wird das Ganze haben. So nach langen Verhandlungen hat der erbitterte Schuldenstreit zwischen Demokraten und Republikanern ein Ende, begeistert ist kaum einer von dem Kompromiss, aber erleichtert sind viele. Logischerweise sind jeder Schuldner ist immer erleichtert, auf der einen Seite, wenn er gesagt bekommt, du musst aktuell deine Schulden nicht mehr zurückbezahlen oder es ist ausgesetzt und das für zwei Jahre, dann kann man sich in die Situation hineinversetzen, sind viele erleichtert. Vor allem wenn die größte Wirtschaftsmacht der Welt plötzlich zahlungsunfähig ist und das ganz offiziell, dann hätten wir ganz andere Probleme. So nach dem Repräsentantenhaus billigt nach der auch der Senat einen Gesetzesentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt werden soll. Bis zuletzt hatten die Demokraten von Präsident Joe Biden mit den Republikanern erbittert um einen Kompromiss gerungen. Der Streit um die Schuldenobergrenze hatte daher auch an den Börsen für Unruhe gesorgt. Ja, das sieht man, politische Entscheidungen haben einen massiven Einfluss auf die Börsen. Ja, das heißt, auch hier habe ich eine super Möglichkeit, entsprechend die Börsen regelmäßig zu manipulieren. So, 63 von 100 Senatoren stimmten nun für den Gesetzesentwurf, mit dem die Schuldenobergrenze bis 2025 ausgesetzt wird, während zugleich die staatlichen Ausgaben in den kommenden zwei Jahren beschränkt werden. Schauen wir mal, okay. Die nötige Mehrheit in der Kongresskammer wurde so erreicht. Also 63 von 100 sind 63 Prozent. Okay, also man sieht, es gibt auch sehr, sehr viele Gegenstimmen. Der Hintergrund des Schuldendramas in den USA legt das Parlament in unregelmäßigen Abständen Schuldenobergrenze fest und bestimmt damit, wie viel Geld sich der Staat leihen darf. Diesmal artete das Prozedere aus in erbittertes parteipolitisches Gezerre und ideologische Grabenkämpfe zwischen Demokraten und Republikanen. Ja, also das Tauziehen zwischen den beiden war noch niemals so groß. Die Republikaner, die seit Januar, und das ist wichtig, eine Mehrheit im Repräsentantenhaus haben, verweigerten über viele Wochen eine Anhebung der Schuldenobergrenze und verlangten deutliche Kürzungen der staatlichen Ausgaben. Sie argumentierten, die Regierungsausgaben seien außer Kontrolle geraten, das ist definitiv nachweisbar, und hätten ein verantwortungsloses Ausmaß angenommen. Wenn man sieht, wie viele Kriegsfinanzierungen laufen, für was die USA alles Geld ausgeben. Und klar, wenn man natürlich das Geldsystem in seiner Macht hat und der Dollar, US-Dollar, ist immer noch die Weltleitwährung, dann hat man natürlich viele, viele Möglichkeiten. Und wenn man es in-house natürlich produzieren kann, drucken kann, dann merkt man auch irgendwann mal, dass Geld als solches keinerlei Wert hat. Ja, keinerlei Wert. Es sind Zahlen auf Papierscheinen und wir nehmen das als Zahlungsmittel, das ist alles wunderbar, aber als solches hat Geld keinen Wert. Wenn etwas exorbitant aus dem Nichts produziert werden kann und nicht mal zwingend notwendig das Papier gedruckt werden muss, wie solche Scheine, sondern ich es digital vermehren kann, dann haben wir einfach das Problem und man muss auch verstehen, dass der Wert von etwas, was ich x-beliebig nach oben schiebe, einfach fällt. Und wir merken das natürlich massiv in den Inflationszahlen und die sind auch nicht wirklich besser geworden. So, weiterum, der Kompromiss sieht vor, dass der Umfang des Bundeshaushalts, den die Demokraten unter beiden vergrößern wollten, praktisch eingefroren wird. Dafür werden die Budgets vieler Bundesbehörden und Ministerien angepasst. Die Republikaner konnten auch durchsetzen, dass Empfänger bestimmter Sozialleistungen einen Job nachweisen müssen. Und zu guter Letzt, Demokraten wollten die staatlichen Einnahmen eigentlich durch die stärkere Besteuerung von Reichen erhöhen. Dagegen wiederum stemmten sich die Republikaner. Also man sieht, man hat versucht Kompromisse zu finden unter dem Strich und das gab es einfach in der Form noch nicht, dass die Schuldengrenze einmal um zwei Jahre komplett ausgesetzt wird und somit weiterhin eine Verschuldung durchgeführt werden kann, ins Unermessliche und das auch komplett regulär ist. Und jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, du schuldest jemandem Geld oder umgekehrt, du hast jemandem Geld geliehen. Das heißt, du bist Gläubiger und du hast einen Schuldner. Und der Schuldner kommt jedes Jahr um die Ecke und sagt zum 1. Juni, ich habe alles versucht, aber trotzdem kann ich dir das Geld nicht zurückbezahlen. Und dann ist man natürlich verärgert und sagt, naja gut, aber ich brauche auch irgendwann mal eine Zinszahlung, respektive ich brauche auch mal eine Tilgo. Ja, das passiert ja nicht. Und wer von euch würde jemals auf die Idee kommen und sagen, ach weißt du was, wir stunden das jetzt einmal, wir setzen das aus zwei Jahre und wenn du willst, ich habe hier noch ein Tresor, dann nimm doch einfach so viel Geld raus, wie du brauchst, weil ich glaube an dich. Kein Mensch würde das machen. Und wir wissen, zu welchem Desaster sowas führt. Und wenn man heute logische Gespräche führt, dann sagt jeder Mensch, okay, kein Staat auf der Welt wird jemals seine Schulden zurückbezahlen. Aber wie viel wahrscheinlicher ist es, dass es in irgendeiner Form einen Schuldenschnitt geben wird. Und der wird definitiv kommen. Und zwar entweder durch eine Währungsreform, eine extrem starke Inflation, durch Enteignungen, durch Vermögenssteuern, durch das Vermögensregister. Ja, und die Frage ist einfach nur, wann, weil wir haben keine Glaskugel. Aber wenn du genau wissen willst, wie du dich davor schützt, wie du Hintergrundinformationen über das Geldsystem erlangst und gleichzeitig genau weißt, wie positionieren sich die fünf reichsten Menschengruppen seit Jahrhunderten und die sind immer Gewinner solcher Krisen, dann schau dir gerne einen Videokurs an, ist unten verlinkt und lass gerne einen Kommentar da. Like das Video und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dein Tobias Redhaber, Cashflow Experte Nummer 1. Dein Tobias Redhaber, Cashflow Experte Nummer 1.